Amy. Also wir können dir natürlich Amy nicht zurückbringen, aber wir können etwas für dich singen. Wir haben eine kleine Überraschung für dich vorbereitet und vielleicht hat es was mit Amy Winehouse zu tun. Und da musst du ganz nah zu uns rüber. Komm, du musst ganz nah zu uns rüber. Und du setzt dich jetzt mal auf unsere Abfahrtkiste hier, wenn du möchtest. Da darf ich mich draufsetzen, richtig? Ja, du kannst dich hier von vorne draufsetzen. Weil ich war ja zwölf Jahre lang, quasi dein halbes Leben, war ich Rody. Menschen, Kabel, Emotionen. Die neue Sendung. Die neue Sendung. Also mach es dir gemütlich, mach die Stöpsel rein, hör uns mal und versuch es toll zu finden. Ich werde es toll finden, ich bin mir sicher. Na gut. Guck mal, da ist es wieder. Das Kribbeln im Bauch. Oder? Uh! Los geht's. Let's do it. Los geht's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020